Es gibt schönes aus unserer Desamina Pumps Family. Der Pumps Pamilla kommt mit diesem wunderschönen edlen Obermaterial in zwei Farben. Du kannst ihn in schwarz und in weiß bestellen. Die Farben lassen sich auch wunderbar zu vielen Outfits kombinieren finde ich. Und ein Highlight ist sicher das weiche Leder bei diesen Pumps, das deinen Fuß hier umschließt. Das Leder gibt an den wichtigen Stellen nach, wo es wichtig ist. Also positive Eigenschaften bringt dieser Pumps mit. Wenn du reinschlüpfst, bettet sich dein Fuß auf diesem weich gepolsterten, lederüberzogenen Fußbein. Also für Bequemlichkeit beim Sausen ist schon mal gesorgt. Und deine Füße werden verwöhnt mit der bequemen Schuhweite G. Und das bedeutet, es passt für schmale und normale Füße super. Und deine Füße werden auch verwöhnt mit einem feinen Leder-Innenfutter. Im Vorfuß hat es dein Ballen sehr fein, denn innen wird er ohne drückende Nähte umschlossen. Und das clevere Fersenrindchen, das schaut ja auch wirklich schmückend aus, mit dem Gummizug, der sich hinter der Tornschnalle versteckt, passt sich immer wieder an deinem Fuß an. Und so sitzt dein Fuß auch standfest im Schuh. Und nicht zu vergessen, du kannst den Pumps in halben Nummern bestellen. So findest du noch leichter deine Schuhgröße. Der Absatz, der ist sechs Zentimeter hoch, mit dem kann man, finde ich, noch ganz bequem sausen. Und ich finde, bei diesem Pumps gerade ich in Verzwicklung, vielleicht auch du. Viel Spaß beim Einkaufen, eure Piki.